Oh, oh, oh. Hammergeil. Leider ist die Squad da im Weg. Ja, kannst du auch machen. Das stört mich nicht. Na ja, haben wir denn jemanden doppelt hier drin? Rang, Schläger. Hä, Schläger? Ich hab noch nicht... Dann heißt es doch anders eigentlich. Muss ich nun mal nachprüfen. Dann stimmt er nicht. Sie sind schon wieder rausgeflogen. Okay, du bist draußen. Ähm... Ähm... So. Rang zu... Ach so. Versteh ich nicht. Egal. Wo fährst du denn hin? Nein! Nein! Ach, du sollst doch nicht wegfahren. Mann. Das versteh ich nicht. Das versteh ich nicht. Ich hole ein Auto. Ah, jetzt kann ich da ganz hinlaufen, ey. Hatte Internetfehler. Ach so. Deswegen war da jemand draußen. Und war jemand tot da. Die Leiche lag der da ganze Zeit rum. In welchen sind die jetzt drin? Dann kann er aus. Hier, hier, bleiben. Ich brauch dich. Ja, ich brauch dich. Mal sehen, wer am längsten Leben bleibt. Welches Auto. Die müssen bald eigentlich schon explodieren. Guck mal, zwei Autos sind rausgeflogen. Drei Autos. Ne, vier Autos. Warum auch immer. Darum. Was macht ihr? Ne Crash Challenge. Irgend so ein Schreuenstein drin. Äh, Kuhkleidung und Kuhautobitte. So. Wie viele sind noch hier am Leben? Drei Stück. Kann ich nur irgendwo einsteigen? Da ist noch Platz. Drei Autos noch. Wer wird die Crash Challenge gewinnen? Bitte nicht hier rumschießen. Keine Bomben. Explodieren lassen. Oder irgendwie sowas. Bitte nicht. Hast du, äh, Kuhkleidung? Gespeichert? Ähm, Krieger. Ne, Krieger nicht. Wer war das denn? Abkiller. So. Was machen wir danach? Ja, der Web Race. Habe ich ja gesagt. Immer noch zwei Autos. Einmal rot. Grün. Und vier Autos. Orange und rot. Zwei rote. Und dunkles rot. Hä? Das Auto ist weg. Bin neu. Achso, du bist neu. Ja, dann schau dir das Info-Regel-Video an. Auf meinem Kanal. In jeder Videobeschreibung verlinkt. Da ist alles drin. Kuhkleidung, Kuhauto und die ganzen Regeln und so. Der leckt irgendwie voll rum, da hinten. Der Orange. Ja, ein Toter. Hä? Das muss ich mal beobachten. Fahrt ruhig weiter. Fahrt ruhig weiter. Noch eine tote Leiche. Ein grüner. Ah, ich armen, ja? Armen. Tut mir sehr leid. Kann passieren. Oh, Entschuldigung. Dich wollte ich nicht abschlappen. Ich wollte hier diesen... Entschuldigung. Oh, du musst aus dem Weg gehen. Ich habe gerade zu tun hier. Der arme Kerl. Goh, jetzt liegt er anders. Oh. Ich glaube, du musst aus dem Weg gehen. Aber schon wieder. Also, ich bin der Max Wagner. Auf YouTube, ne? Ja, genau. Ja, ich kann mir nicht so die ganzen Namen merken, wer dann auf YouTube heißt. Immer Kommentare schreibt oder eben teilt PSN. Die ganzen Namen sind immer verschieden. Manche heißen genauso. Das ist sehr gut. Dann kann ich mir das auch gut merken. Aber ich weiß, Max Wagner. So. Okay. Oh, nicht abschlachten. Ich wollte nur... ...den unschuldigen töten, der da rumlag. Ah, na. Der war ja schon tot. Du sollst ja nicht mal immer töten, diese Leute. Der war ja schon tot. Ich töte weiterhin. Naja, ich habe viele, die Kommentare schreiben. Das ist ja nicht der einzigste, wie der liegt. Liegt, leckt. Wo ist denn das denn jetzt da vorne? Hallo, Kollege. Ja, kommst du nicht hier rüber? Ja, kommst du hier nicht rüber? Ja? Kommst du hier nicht rüber? Ja? Ja, scheiße, ja? Lass mich nicht erledigen, war? Mit dem Messer? Ah. Lass mich nicht erledigen, war? Oh. Ich habe nichts gesagt, ne? Ich habe nichts gesagt. Okay, okay. Vergess es mir wieder so schnell. Gehen wir da mal hoch. So, wie viele sind da noch drin? Wer gewinnt die Fleischlunch? Wer gewinnt sie? Bitte nicht einen Plus-Humadus. Dann. Okay, das sieht gut aus. Ich gucke mir das mal von woher an. Äh, habe noch ein kleines Rennen. Das machen wir zum Schluss immer Rennen. Da sage ich dann immer, ähm, wir, wir alles, äh, wir machen jetzt ein Rennen. Dann schreibt ihr alle ich, der zuerst ich geschrieben hat. Ich. Äh, der darf das Rennen starten. Okay, zwei Leute noch. So sieht das aus. Ne, drei. Ja. Aber wann werden eure Autos gestört? Gute Frage. Nächste Frage. Oh. Oh. Das war knapp. Oh. Der war gut. Kollege. Oh. Jetzt fahre ich hier runter. Nicht schießen, Leute. Nicht schießen. Ja, das müsst ihr schon angucken, das Info-Regel-Video. Steht alles drin. Es ist Kuh, äh, Dominator. Huch, jetzt fahre ich schon wieder runter. Autsch, voll auf der Kante mit dem Gesicht. Ey, das tut mal weh. Ja, natürlich, das tut immer weh. Mit dem Gesicht auf der Kante, Mann. Das tut sehr weh. Ähm, geh mal da, Kollege. Ey, geh ich da schon wieder runter? Ich muss auf der Seite runter. Ne, da muss ich nicht runter. Das mach ich nicht mehr. So, jetzt aber. So, vorsichtig, Leute. Nicht hier rumschießen mit den Kugeln. Jetzt fahre ich doch schon wieder runter. Oh, ja. Schon wieder. Autsch. Aber, Kugel, wie ich dachte, dir tut nichts. Doch, mein Trashore. Lass mich in Ruhe. Wir spielen hier aber zusammen. Ja, ich weiß. Ich komme wieder rein. Ja, ich will mitfahren. Bei Achi ist glücklich. Der ist schon seit Anfang an dabei. Ja, der ist cool. Ein treuer Mitglied. Ein treuers Mut. So, immer noch drei Autos. Aber es sieht man zu, dass hier was zerstört. Die haben ja ewiges Leben, haben die? Ja, das haben die. Aber die verlieren Haut. Ja, Haut. Das ist Metall, ist das? Ja, stimmt. Metall. Wir verlieren Metall. Haut. Ja, ist schon besser. Oh. Noch nicht ein Quaim hier? Doch, ein bisschen. Okay. Okay. Ja, die haben zu sehr aufgepumpt. Nächstes Mal sollten wir ein Straßenfahrzeug nehmen. Dafür. Nicht schießen. Nicht schießen. Ja, mal. Nicht schießen. Ja, mal. Lass die Waffe weg. Oh, natürlich. Hier, das dunkle Rote ist noch ziemlich heil. Oh, nicht hier. Ja. Ja. So, das war's, mein lieber Zuschauer. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jeden Tag kommen zwei GTA Online-Folgen raus am Stück. Einmal auf der PS3 und einmal auf der PS4. Und Freitag das News-Video, was wir am Wochenende machen. Und was für Projekte ich demnächst starte. Wenn du dabei sein möchtest, dann schau in der Videobeschreibung vorbei. Da ist ein Link zu das Inforegel-Video, wie die Regeln sind und wie die Crew-Kleidung und das Crew-Auto ist. Und schau auch mal in der Kanalbeschreibung vorbei. Da steht das Programm der Woche drin, was wir jeden Tag hochladen. Oder was ich demnächst für Projekte starte. Wenn du noch mehr sehen möchtest, dann schau in der Playliste vorbei. Da habe ich eine ganze Menge für dich. Werde jetzt auch Frag den Dead Pictures machen. Schreib Hashtag Frag den Dead Pictures. Das zusammengeschrieben. Da kannst du mir jede Frage stellen. Und sei kreativ. Ich werde sie in einem Video, was ich demnächst hochlade, beantworten. Und wenn du Ideen hast, dann schreib Hashtag Ideen. Da kannst du mir deine Ideen schreiben. Wenn du Rollenspiele hast oder auch andere Sachen. Wenn du mich unterstützen willst, dann kannst du es gerne tun. Das würde mich sehr freuen. So, das war's. Danke, dass du eingeklickt hast. Bis zum nächsten Mal. Tschau, mein Lieber.